So, Ranga, brennst du bitte für die Wissenschaft? Da brennt es. Und hier habe ich ein Feuer. Die rote Lampe leuchtet und jetzt achtet mal drauf. Drei, zwei, eins. Heiß ist es. Das spürt man bis hierhin. Und beim Feuer ist es so, da entsteht natürlich einfach heiße Luft. Die will nach oben. Ranga, wir brennen auf die Lösung. Und in der Physik gibt es ein Prinzip. Denn in dem Moment, wo sich ein Wirbel bildet, dann ist es so, dass dieser Austausch sehr viel besser funktioniert. Und schaut euch das an. Die rotierende Luft führt dazu, dass auf die Art und Weise die Wärme deutlich schneller nach oben kommt. Das ist das Phänomen in klein. Und so sieht das Phänomen dann in groß aus. Und ich glaube, ein Bild sagt manchmal mehr als tausend Worte. Und jetzt halte ich gut fest. Das ist ein Candlelight-Evening. Muss man aufpassen? Ja, da muss man aufpassen. So, Stefan, jetzt guck dir es an. Das ist oft in der Wissenschaft so, wie man deutlich sieht, nichts funktioniert im Moment. Der Moderator Ranga Yogeshwar ist beim Experiment etwas leicht, aber nur leicht daneben gegangen. Schauen Sie mal hier. In der Mitte machen wir es jetzt so richtig heiß. So kann es passieren. Ja, so kann es passieren. Auch in einer Wissenschaftsendung. Also, so. Aber jetzt geht's los. Und jetzt achte mal auf die Flamme. Es wird eben... Sensation. Ranga Yogeshwar. Ranga Yogeshwar. Das hast du schon mal probiert, Herr Yogeshwar, ne? Ja. Sensation. Oh, Ranga, du Idiot. Ja, Herr Ranga. Wie kannst du nur so blöd sein? Mein Name ist Herr Ranga Yogeshwar. Wir werden gleich hier ein ziemlich heißes Experiment machen. Ich muss hier schon Abstand nehmen. Es ist richtig heiß. Und mich plagt immer noch die Frage, was soll ich anziehen? Es kleidet auch so unglaublich schön. Ja, die Brille muss man schon anziehen. Ja, die muss man auch anziehen. Das ist ganz wichtig. In den wissenschaftlichen Sendungen, wenn du keine Brille hast, dann rufen immer alle Sicherheitsingenieure an und sagen, wie konnten sie nur... Große Frage, wenn ich das jetzt da rein tue, fängt das dann an zu brennen? Oder darf ich das so jetzt... Nein, nein, das darfst du nicht. Jetzt an... Ah, das sind... Ja. Und was ist das? Das sind Federn. Das sind Federn. Natürlich. Hinden die Hände raus. Das wollte ich immer. Und wiederum, reine Vorsichtsmaßnahme. Wir gehen auf Abstand. Abstand von der Erde. Also damit macht man sich eigentlich diese Distanzen auch klar. Das rumst ganz gut. Hier ist das Experiment okay, bei euch nicht. Unser Experiment. Unser Experiment, ein fast alltäglicher Versuch. In der heutigen Sendung werden wir es gewaltig blitzen lassen. Dieser Generator hier erzeugt Spannungen von etwa 500.000 Volt. Und wie es aussieht, wenn wir ihn einschalten, das sehen Sie jetzt. Und bei Ihnen zu Hause wird es gleich mehrmals einschlagen. Aber keine Angst, der Fernseher wird garantiert heil bleiben. Und Blitze selber lieben leitende Gegenstände. So wie zum Beispiel dieser Regenschirm hier. Der Glitz hat mich dennoch nicht erschlagen. Und das hängt damit zusammen, dass wir diesen Regenschirm hier geerdet haben. Sonst wäre die Sendung mit Sicherheit vorbei. Tja, mit Kopfball möchten wir ein bisschen von der Faszination der Wissenschaft, aber auch der Technik, der Kultur, der Geschichte vermitteln. Ich muss dir nur ganz ehrlich sagen, dir glaube ich natürlich alles, was du erklärst, aber verstanden habe ich es nicht. Es ist auch ein bisschen kompliziert, das gebe ich offen zu, aber man weiß, es ist Physik. Und ehrlich gesagt, wenn du davor stehst, denkst du nicht an Physik. Du staunst über dieses unglaubliche Blau. Für die Fachleute, da geht es dann um Oberflächenwellen oder um Momente. Oder Sie kennen vielleicht noch die veraltete Richterskala. Nun, in dem Zusammenhang gibt es eine ganze Reihe von Studien, die haben das untersucht. Und, klares Fazit, es gibt da keinen Zusammenhang. Ja, Wissenschaft hat auch dafür eine Formel. Die sogenannten Überspannungsschäden. Wie die zustande kommen, muss man sich klar machen. Und zwar, jedes Mal, wenn es blitzt, fließt ein elektrischer Strom. Und jetzt kommt die Theorie dahinter, jedes Mal, wenn ein Strom fließt, erzeugt er ein Magnetfeld. Erinnern Sie sich noch an den Schulunterricht? Magnetfeld und Ströme haben was miteinander zu tun. Denn nicht nur, wenn der Strom fließt, erzeugt er ein Magnetfeld. Auch wenn ich einen Magneten bewege, so wie hier, dann erzeuge ich in dieser Spule einen Strom. Sie sehen, das Gerät schlägt aus. Man induziert also einen Strom. Und genau diese induzierten Ströme durch einen Blitzeinschlag können durchaus Schäden hervorrufen. Für die Laien, die sich nicht so gut auskennen, das sind all die Teile, die mit Europa zusammenfängen. Genau, wir haben ein Labor, das auf der Raumstation von Europa ist. Und das heißt das Columbus-Modul. Das ist wie eine große Cola-Dose. Also Leitprodukte, die enthalten kaum oder keinen Zucker. Es gibt ein einfaches Experiment, da kann man das schön zeigen. Also Leitprodukt schwimmt und das Nicht-Leitprodukt geht hingegen unter. Und das liegt tatsächlich am Zucker, denn Zucker besitzt eine höhere Dichte, geht also nach unten. Also man kann hier direkt sehen, wie viel Zucker in dem einen Produkt drin ist. Wenn das nicht Zusammenhänge sind, dann nutzt man Bienen, also eine Idee aus Afrika, um damit Elefanten in Thailand zu vertreiben, um so Kautschukbäume zu schützen. Und der Saft, der wird dann bei uns zu Reifen verarbeitet. Das nennt man wahrscheinlich globale Wirtschaft. Gut, also lieber oben auf dem Berg, als tief unten in einem Büro sitzen. Eine Triebfeder der Wissenschaft, das ist natürlich immer wieder die menschliche Neugier. So nach dem Motto, was ich nicht weiß, macht mich heiß. Und dann passiert Folgendes, dass lediglich das Holz bricht. Das darf man nicht machen. Als guter Wissenschaftsjournalist darf man nie sagen, was rauskommt. Ach so, man darf nie sagen, was rauskommt. Also ich schaue da jetzt drauf, wenn das Holz bricht, natürlich überhaupt nicht. Soll alles passieren überhaupt nicht. Es könnte irgendwas passieren. Ja, es könnte überhaupt nicht. Okay, so, ich gehe mal zur Seite. Der nicht nur was weiß, sondern auch in der Lage ist, das Wissen zu vermitteln, begreifbar zu machen, Verständnis dafür zu wecken, auch bei denen, die nicht wissen. Science und Fiction sind ein tolles Paar. Die Botschaft ist also klar. Mut zu mehr Fantasie. Eins, zwei, drei. Es blitzt und donnert. Meine Damen und Herren, damit sind wir auch beim Höhepunkt. Beim Höhepunkt, oder einem Höhepunkt. Und jetzt denken Sie, jetzt kommen wir wieder mit Helium. Nein, meine Damen und Herren, es ist viel spannender. Ja? Ja. Ist alles raus, Franker? Ja, ich glaube schon. Alles raus, ja? Ist das das Hexafluft, was du riechst, oder sind das deine Füße? Haben Sie schon mal von unserem Sockenexperiment gehört? Sie sollten es mal selbst probieren. Ich habe Basilio, dem wissenschaftlichen Mitarbeiter, meine getragene Socke gegeben. Sie wird im Zentrum dieses Spezialbehälters montiert. Über einen Lüfter strömt der Sockenduft nach außen und gleichzeitig saugt das Gerät die angelockten Stechmücken in die Falle. 200 hungrige Stechmücken. Bei meiner Kontrollsocke, also die ohne Fußgeruch, haben sich zwei Stechmücken in die Falle verirrt. Im Behälter mit meiner benutzten Socke schweren 80 Stechmücken. Liegt das wirklich an meinem Fußgeruch? Ja, aber das Experiment zeigt, wie wichtig menschliche Gerüche für Moskitos sind. Boah, das stinkt. Es gibt kein Geruchsfernsehen, aber das ist reine Chemie, ich meine. Das ist reine Chemie. Da sind so zwei Milligramm Benzol drin. Bei 50 Kubikmetern in der Stunde kommt da einiges zusammen. Da kommt einiges zusammen. Ja, also bisher haben wir viel darüber gesprochen, aber wenn man das riecht, dann wird einem so richtig bewusst, das ist ein echtes Problem. Wirklich wie Benzin so. Oh ja, das ist so richtig. Ja, guck hier. Das riecht wie ein Gummi, ne? Und so sieht das Endmaterial aus. Das stinkt grauenvoll. Aber was man hier sieht ist, man kann es eindrücken, also es ist schon elastisch. Und das Blut kommt jetzt rein. Alles klar. Okay, ich lasse es wieder runter. Meine Damen und Herren, der langer Junge, ist das sensationell oder nicht? Ja. Schmied will Hexachlorid. Hätten Sie es gedacht? Diese Stechmücken, das hat man mir versichert, sind nicht infiziert mit dem Malariaerreger Plasmodium faciparum. Und ich kann Ihnen hier mal sagen, wie hungrig die Mücken auf mein Blut sind. Das Ganze soll schmerzhaft sein, deswegen gerade an den Händen habe ich mir Handschuhe angezogen. Auf diese Art und Weise werden nun die hungrigen Moskito-Weibchen Tag für Tag gefüttert. Und so eine Prozedur dauert immerhin zehn Minuten. Aber so lange möchte ich es nicht machen. Wir werden neu eingekleidet. Du bist der Rechte. Ich bin der hier. Ja. Von der sogenannten Weißkaue sind wir in die Schwarzkaue gegangen, wo die Arbeitsklamotten hängen. Das sind immer die Unterhosen, sage ich dir. Weißt du, wenn ich meiner Frau sage, das ist bequem. Ist auch bequem. Ja. Und wir haben keine andere Chance. Das ist reine Baumwolle. Wichtig für uns ist, die kann sich statisch nicht aufladen. Ja. Ja. Und da. Und da. Ja. Ein Dosimeter misst die Strahlung, der wir ausgesetzt sein werden. Drei Lagenhandschuhe. Do you feel the pressure when you breathe in? Okay. Unser Kameramann kann kaum durch seinen Sucher schauen. Alles ist eingewickelt, eingeschweißt und verklebt. Unsere Dreharbeiten werden so zu einem Blindflug. Heute ist nur noch eine Anzeige aktiv. Sie zeigt Windrichtung und Strahlenbelastung an. Bei allen vier Messinstrumenten schlagen die Zeiger voll aus. In der Sicherheitsschleuse werden wir genau untersucht. Unsere aufgenommene Dosis waren 30 Mikrosievert. Das ist vertretbar. Nur zum Vergleich, das entspricht etwa der radioaktiven Belastung bei einem Flug von Japan nach Deutschland hin und zurück. Das Ganze nennt man auch Citizen Science. Also Wissenschaft durch den Bürger. Wir fahren jetzt bis 885 Meter. Direkt durch? Direkt durch, in allem durch. Okay. Da brauchen wir gut 90 Sekunden für. So, Langer, Kopf reinziehen. Ja, klick auf. Oh, oh. Klick auf. Du fahren. Ich vorne, Langer. Ich lasse mich heute fahren. Gut. So, fertig? Ja. Das ist Sportzeit. Fitness. Können wir nächstes Jahr die Tour de France mitfahren? Ja. Wo fahren wir hin? Ich fahre das letzte Mal zum Abbau. 4,53. Jetzt nehmen wir uns mal die Zeit und nehmen einen Schnupftabak. Möchtest du auch? Schnupftabak. Das ist eigentlich auch so eine Tradition, die irgendwann aussterben wird, oder? Ich denke mal, dass ich sie beibehalten werde. Ja? Ja. So nach Freizeit ist irgendwo so eine Einstellung. Sich irgendwo mal zurückzuziehen, eine kleine Auszeit zu nehmen. Gut. Ich durfte bei Klaus und seinen Kollegen eine ganz besondere Gemeinschaft erleben. Auch nach der Arbeit. Zum Beispiel beim Buckeln. So nennen die Kumpel das gegenseitige Rückenschrubben. Menschen unterschiedlicher Herkunft haben hier Tag für Tag zusammengehalten. Here are the top ten lightning hits. Für die Wissenschaft sind sie immer noch ein Geheimnis, doch langsam kommt man dem Rätsel auf die Spur. Und jetzt geben wir ordentlich Spannung drauf. Und Sie achten drauf, was passiert. Jetzt. Es dauert ein bisschen. Und wenn man nun genau hinschaut, und genau das tun dann auch die Menschen, die solche Fulgurite aufspüren, die müssen im Sand graben. Und schauen Sie mal, so sieht das Gebilde aus Quarzglas dann aus. Und diese enormen Spannungen, die kommen durch ein sehr einfaches Prinzip zustande. Nämlich durch Reibung. Ladungstrennung, da gibt es eine Reihe von Mechanismen, die da offensichtlich eine Rolle spielen. Blitze sind elektrische Entladungen, das wissen wir spätestens seit Franklin. Und wichtig dabei ist, davor muss eine Ladungstrennung stattgefunden haben, so wie hier, wo innerhalb der Kugeln die Ladung getrennt wurden. Wenn ich sie dann zusammenbringe, springt der Funken über. Ich finde die Vorstellung faszinierend. Kosmische Strahlung aus dem Weltraum, zum Beispiel von einem sterbenden Stern, löst hier auf der Erde Blitze aus. Und mit dieser tollen Maschine, einer sogenannten Influenzmaschine, kann man gut simulieren, wie ein Blitz entsteht. Es geht dabei, genau wie in der Wolke, zuerst um Ladungstrennung. Und hier zwischen diesen beiden Kugeln baut sich eine Spannung auf. Und wenn sie groß genug ist, dann springt der Funke über. Wenn ich die Kugeln jetzt ein bisschen weiter voneinander entferne, dann muss die Spannung höher sein, damit der Blitz überspringt. Und irgendwann ist der Abstand so groß, dass die Spannung nicht direkt ausreicht. Und jetzt kommt die kosmische Strahlung ins Spiel. Hier auf der Spitze befindet sich eine kleine radioaktive Quelle. Und die macht so etwas Ähnliches wie die kosmische Strahlung. Und zwar ionisiert sie die Luft. Sie macht die Luft leitend. Und wenn ich die nun dazwischen bringe, dann springt der Funke über. Dann blitzt es. Es ist klar, dass sich die Wissenschaftler äußerst gut abschirmen müssen, damit sie nicht selbst vom Blitz getroffen werden. Zerrissen und noch viel empfindlicher ist die ganze moderne Elektronik. Da haben wir hier zwei kleine Beispiele. Hier schauen Sie mal diesen integrierten Schaltkreis. Der ist verbrannt durch Blitzschlag. Oder besonders hübsch, hier diesen IC hat es abgehoben mit dem Blitz. Diese Anlage hat uns eine Max-Planck-Arbeitsgruppe der Humboldt-Universität in Berlin zur Verfügung gestellt. Und damit kann man nun hier sehr hohe Spannungen erzeugen. Eine Spannung von etwa 5000 Volt ist dafür notwendig. Ströme so 60 bis 70 Ampere. Und jetzt sind wir alle gespannt auf das Experiment. Hiermit kann ich es auslösen. Jetzt dimmen wir ein bisschen das Licht. Sie achten drauf. Ah, das hat so richtig gepufft. Aber das Ganze gucken wir uns jetzt noch einmal in der Superzeitlupe an. Zuerst einmal unsere Kameraaufnahmen. Da erkennt man eine Lichtwolke. Das Ganze geht vergleichsweise schnell. In der Superzeitlupe kann man es noch deutlicher sehen. Und zwar hier erkennt man und vorhin sind das Verblüffende. Diese Lichtwolke, die hält sich extrem lange, aus wissenschaftlicher Sicht, 300 Millisekunden. Und das ist erstaunlich, denn schon nach 100 Millisekunden ist die Energiezufuhr nicht mehr gegeben. Und genau dieses lange Nachleuchten, das beschäftigt die Wissenschaftler. Sie vermuten dabei, dass es sich um ein leuchtendes Plasma aus elektrisch angeregten Wassermolekülen handelt. Also eine ähnliche Situation wie hier bei diesem Versuchsaufbau. Die Energie des Blitzes wird nämlich in Licht, Schall und Wärme umgewandelt. Aber ein Anteil davon wird auch in Form von elektromagnetischen Wellen abgestrahlt. Wenn Sie so wollen, sind also Blitze auch in gewisser Weise ein Radiosender. Das können Sie übrigens leicht zu Hause prüfen. Nehmen Sie ein Radio und stellen Sie es auf Mittelwelle ein. Und Sie brauchen dann nur noch so einen Gasanzünder zu nehmen. Da springen ja die Funken über. Und Sie hören deutlich im Radio das Knacken. Nun, Fachleute sind in der Lage, aus diesem Knacken eine ganze Menge herauszulesen. Zum Beispiel die Intensität des Blitzes. Oder Sie können feststellen, ob es ein Blitz war innerhalb der Wolke oder ein Blitz zwischen Wolke und Boden. Nun, wenn Sie Lust haben, dann können Sie das auch spielen. Und zwar interaktiv, dreidimensional. So was gibt es nur bei Quarks. Klicken Sie uns an. Also wieher dem, der sich im Gewirke verirrt, wenn ein Gewitter aufzieht. Toller Versuch, Robin. Jetzt kriegt auch noch mein Aufnahmeleiter einen Blitzschlag. Wir bringen dir das Ding auch nach Hause. Also Transport und so weiter ist alles klar. Mit einem solchen sogenannten Marx-Generator kann man ebenfalls Blitze erzeugen. Das Prinzip dabei, hier sind lauter Kondensatoren, die sind in Reihe geschaltet. Also genau dadurch erreicht man dann Spannungen von, in dem Falle hier, 400.000 Volt. Und mit diesem Marx-Generator wollen wir ein Experiment machen. Und zwar wollen wir schauen, was passiert, wenn ein Mensch neben einem Baum steht und der Blitz schlägt ein. Dazu dimmen wir das Licht. Ich fahre jetzt die Anlage hoch. Und Sie sehen also jetzt hier Baum und Mensch. Jetzt hat es eingeschlagen. Wenn wir uns genau diesen Zeitpunkt nochmal angucken, wo der Blitz einschlägt, sieht man etwas Erstaunliches. Und zwar der Blitz schlägt zuerst in den Baum, aber dann vom Baum in den Menschen über. Und das Bild sollten Sie sich einprägen. Das ist also der klare Beweis dafür, dass man sich auch unter Bäumen nicht sicher fühlen darf vor Blitzen. Experiment Nummer zwei. Zucker ist eine wahre Energiebombe, enthält viele Kalorien. Und auch das möchte ich Ihnen zeigen. Hier ist Kaliumchlorat. Das ist, wenn man so will, der Sauerstofflieferant. Und ich habe hier ein Gummibärchen. Gummibärchen enthalten etwa 80 Prozent Zucker. So, und das lasse ich jetzt reinfallen. Und jetzt sehen Sie das, was im Körper passiert. Also der Zucker wird regelrecht verbrannt, geht in Flammen auf. Ein Zeichen dafür, wie viel Energie in der Süßigkeit drin steckt. Also jetzt wissen Sie, was Brennwert heißt. Ein Gummibärchen. Und damit sind wir bei der Frage, wenn wir auf Dauer solche Energiebomben zu uns nehmen, dann hat das Folgen. Ist das so etwas wie der Hausmeister? Also der Hausmeister, der hier auf der Erde ist und guckt, dass das Haus funktioniert, dass der Strom in Ordnung ist, dass die Fenster dicht sind? Auch auf jeden Fall. Also das wird, so kann man das schon ein bisschen sehen. Das wird gemacht. Aber natürlich auch noch viel mehr. Also es gibt ja viele Experimente und die brauchen Strom. Es wird also auch der Strom angeschaltet, ausgeschaltet. Es werden Wartungsarbeiten durchgeführt und das wird alles hier unterstützt. Und deswegen möchte ich dafür Danke sagen. Es hat sehr viel Spaß gemacht, auch immer mit dir zu arbeiten. Und ich wünsche der Sendung natürlich noch alles Gute. Die geht, ja, das hoffe ich sehr, noch lange, lange weiter. Und ich möchte dir aber einfach alles Gute wünschen und dich im Namen meiner Kollegen für diesen tollen Einsatz bedanken, für die Wissenschaft, die ja manchmal ansonsten einfach im Fernsehen auch immer mal wieder zu kurz kommt. Danke, Alexander. Das ist total nett von dir. Danke für dieses Gespräch. Ja, sehr gerne. Und alles Gute von der Internationalen Raumstation. Vielen Dank, Alexander. Vielen Dank auch für die Verbindungsmöglichkeit. Marius, dann stellt sich automatisch die nächste Frage. So, und jetzt bin ich gespannt, wie das Ergebnis ausschaut. Und wir möchten eigentlich von Ihnen zu Hause wissen, wie macht man das? Süß. Das war's für heute. Danke fürs Zuschauen. Bleiben Sie uns treu und empfehlen Sie uns weiter. Tschüss. So viel zur erridischen Fantasie. Wer weiß, vielleicht sieht das Leben dort draußen noch ganz anders aus. Ich muss jetzt nach Hause. Bleiben Sie uns treu, empfehlen Sie uns weiter. Tschüss. Das war's und wie immer. Bleiben Sie uns treu, empfehlen Sie uns weiter. Tschüss. Das war's für heute und wie immer. Bleiben Sie uns treu, empfehlen Sie uns weiter. Tschüss. Danke fürs Zuschauen und wie immer. Bleiben Sie uns treu, empfehlen Sie uns weiter. Tschüss. Ihnen noch einmal danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie uns treu, empfehlen Sie uns weiter. Tschüss. Schönen Abend noch. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020